Warte mal, ähm... Oh, guck mal, so'n moderner Computer! Oh, guck mal, guck mal gleich, was am Computer sitzt! Oh, oh, cool! Ich hab's schon... ich hab Tab gedrückt. Ähm... Oh, guck mal! Nein, guck dir mal bitte die Tast... Drück mal, äh, Tab! Ja? Oh Gott, grad hat's gelaggt. Siehst du die Tastatur? Wenn du ranzoomst, die total cool aus. Das ist richtig hochauflösend. Oh, ich guck grad auf deinen Arsch. Oh mein Gott, F1! F12! F13! Aperture Signs, let's work together! Was hat er denn für ne Maske auf? Warte mal, gab's glaub ich noch irgendwie... ...ein geheimen Raum oder so? Ah, hier, okay. Man kann hier rein. Hier gibt's ne geheimen Raum, ähm... Oh, oh, da, ja. Hey, da ist die Tür auch so leicht offen. Enrich yourself today, volunteer for a test. Ja, das wissen wir ja aus dem Hauptspiel, ne? Und hier ein Arm. Keine Ahnung, warum das einfach so eingepackt ist. Das weiß niemand. Oh, oh, guck mal jetzt bitte! Ich guck bei dir, du guck bei mir. Hier sind keine Zeichen drauf. Das ist eine hohe Tastatur, die will ich auch haben. Niemand weiß, was für Tasten-Kombinationen sind. Ich komm mal mit. Ich liebe Arbeit. Ich bin einfach... Ich liebe meinen Boss. Standard. Standard. Okay. Ach nein, ich mag meinen Boss total. Ähm... Was für ein Boss? Es sind Ferien, von daher habe ich gar keinen Boss. Nein! Aber... Ich muss in die andere Richtung. Dankeschön. Oh, das Licht ist ausgegangen, weil du weggegangen bist. Also? Und wir müssen uns beeilen, bevor etwas anderes passiert. Was denn? Das ist echt lustig mit dem Turret. Niemand weiß es. Ich bin auf dem Stuhl. Was ist, was liegt hier? Gar nichts. Komm ich hier rein? Nein. Hier gibt es sonst nichts Geheimes oder so ähnlich. Tchuuu. Okay. Bin ich auf dem Stuhl? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, als wärst du auf einem Stuhl. Ja, bist du. Was ist das? Noch mehr Stücke. Ey, wir könnten so viele Peabody's und Atlas bauen, das wär cool. Please do not test if you are allergic to lunar sediment and or starch. Ähm, was so ziemlich heißt, Mondstaub oder... Was ist starch? Ja, die Flüssigkeit wahrscheinlich, ne? Ja. You have fulfilled your monthly test self-election quota. Wie, jetzt? Man muss sich selbst wählen? Du bist, ähm, selbstbewusst genug in deiner Arbeits-Performance. Und was? To unvolunteer from the test. Ah. Ach so, das sind Ausschlussgeträge. Ja, genau. Wenn du genug Selbstbewusstsein hast, um nicht teilzunehmen, dann kannst du nicht teilnehmen. Ist irgendwie logisch. Ich glaub, ich bleib mal hier. Ja, wir können jetzt auch sagen, wo wir hinwollen. Das ist jetzt nicht... Okay. Schalter drücken. Wir müssen die Schalter drücken. Wir müssen die Schalter drücken. Die Disassemblers sind fertig. Ich hab einfach immer weiter gedrückt. Aber sie sind definitiv weniger broken, als sie waren. Ähm, ich kann in die Demontage reinspringen. Das ist ein schöner Bug. Ah, jetzt fliegt's nach unten. Verdammt, du auch. Schalter 5. Oh mein Gott, oh mein Gott, wo sind wir? Weiß, oh mein Gott. Was kann diese Flüssigkeit nur darstellen? Ich hab's hier drüben verbreitet. Hey. Ja, okay, hier. Ähm. Da ist ein Cube. Komm mal kurz drüber. Äh, hier ist eigentlich... Ah, lag. Was ist los? Hallo? Spiel. Mir lagts nicht. Aber die... Oh, die Kugeln haben gerade in der Luft geschwebt, weil du hostest. Das war ein cooler Fall. Oh, ich bin gleich da hoch. Ah. Ah, okay. Erstmal alles voll spammen, das macht irgendwie jeder, ne? Ja. Ah, da ganz nach oben. Denk ich zumindest. Das heißt, du musst hier unten auch ein bisschen was ran machen. Warte mal, lass das mal so, dann können wir... Achso, du kannst schon nach oben. Kann ich? Ah. 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 Ich kann das ja, ich kann das ja machen. Ich kann ja Teamwork anwenden. Ich hier rauskommen könnte. So. Willst du nicht auch mit nach oben kommen? Und dein blaues Portal immer mitnehmen? Dein dunkelblaues? Ah, okay. Oh, wir brauchen den Cube sicherlich, ne? Naja. Ach, da komm ich ja eh nicht lang. Ich frag mich wofür wir den Cube nochmal bauen. Ah, da, okay. Da ist ein Shelter. Siehst du? Man kann ja runter springen. Weil man sieht die Erde. Moment. Hast du mal nach unten geguckt? Man sieht die Erde. Cool. Und was sollen wir hier machen? Nichts. Ah, kannst du hier irgendwie ein Portal da anschießen oder so? Warte. Ja. Also. Was machst du da bitte? Da. Meinst du ja. Äh. Oh, das hat noch Rückseite. Puh. Das war knapp. Naja, knapp. Ah. Da jetzt. asja. Uhhh 2. Jaes fliegt irgendwie nach nirgendwo. Ja, weil Ich es ganz an dercke kriegen, Da. Warte mal, Ich könnte hier von hier auch, ja. Jetzt noch weiter schießen, na gut. Yay, Spam. alles voll. Jetzt ist was drüben. Ich kann uns da rüber... geleiten. Äh, hallo? Äh, äh, die Turrets. Kannst du auch von da aus nehmen, da." Ja, die nehm' ich auseinander Wieso tust du das? Wow, das ist eng Ich nehm' die jetzt auseinander Ich bin so brutal Ich bin ein Massenmörder Ich komm' jetzt auch Zack Das brauchen wir sowieso nicht mehr Ha, ich bin schon hier Ja, genau, nehmen wir sowieso welche mit Ich mag die Dinger Komm her Äh, okay Tadam Hey Bleib hier Wie weit ihr damit rumlaufen Ach ja Oh mein Ne Ne Ich will nicht allein sein in ne Demotageharde Ach ja Ach ja Ach ja Ach ja Okay Doch Spiel ist Das Spiel doch nach dem eigentlichen, oder? Nein, das Spiel während der Storymodus Also Der Einzisspieler Einzisspielermodus Vielleicht Okay, dann hat sie noch ein bisschen Dann hat sie noch ein bisschen in sich Schießen Schießen Bezirut Angert Ich halte ein Stil Schalter Ich will den Schalter nicht drücken Drück du den Schalter 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 Na, da kommt ein Ach, verarscht Jetzt weiß Stimm das gleich Haha, verarscht Haha Ah, gib mir her Yay Juhu Das ist also keine Ahnung was zusammen nach dem was Nein, aber das war cool Wir müssen gleichzeitig springen Ah Okay Wo links, ich rechts Ja, ich hab n... Ach so, ja stimmt Geh rüber Aua Oh cool, man kann dadurch gestoppt werden in der Luft Jetzt bin ich drüben So Äh, wie hast du mit rechtlich? Ja, ich bin doch hier getimed, oder? Muss ich nur Yay! Fuck! Fuck! Au! Dankeschön Bist du drauf? Ja Okay, ähm Jetzt schießen wir irgendwie da Portal zum oder so Ich weiß nicht, ob ich das hier hinlegen kann An den Rand, ja Ah, okay Gut Ähm Ähm Oh, wir müssen erstmal runter Okay, du bleibst hier Ja Dann kommen wir gleich wieder Ja, bis gleich Ja, Punkt So Tada Jetzt komme ich mal auch mit runter Jetzt muss ich hier gerade raus Dann Wenn du da durchgehst Dann kannst du noch weitergehen Warte mal Ich kann hier nicht weiter Ja, passt schon So, das glaube ich dir Du kannst hier nur nicht durch Du musst jetzt zurückgehen und den Kubus gleich nehmen Ah Was heißt gleich nehmen? Jetzt nehmen, später nehmen Ja, jetzt nehmen Geh zurück in den Kubus Und zack Ich muss nochmal wieder hoch Oh mein, ich muss ja auf die andere Plattform Und Boom Oh 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 Ich schluck mal gegen Ja Sorry Fuck Okay Okay, warte Wir machen uns mal auf drei, oder? Oder du kommst runter Und dann Jetzt Warte, ich warte noch einmal Ey Was aufhör dir mal nicht zu herzuspringen Du musst vor mir Du musst vor mir eigentlich Sogar in der Sektion Okay, okay Jetzt Ja, super Idee Ja Jetzt bist du nach mir hochgesprungen Du musst aber vor mir hoch So Ja, gute Idee Yes So Let's click Okay Okay Ich will jetzt einfach irgendwo das Portal schießen Und ich bin tot Komm, ich bin tot Komm, ich bin tot Ja, es ist knapp, es ist knapp Ja, wir müssen, müssen es wegmachen Nein, nein Oh Was denn? Ich schließe, da war extra eine Plattform darunter Ah Gladys kennt sich da schon aus Was passiert eigentlich? Gar nichts, das habe ich schon oft versucht Wir müssen das doch irgendwie hinkriegen Wenn wir alle mit vereinten Kräften mit vier Portals draufschießen müssen Ja, was ist doch klappen Geht gar nicht, wenn man nur einmal mit meinem Nur eins klicken, sorry, ich weiß Ja, 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 ja Denn deswegen, wir müssen mit vier Portals auf den时 Das funktioniert jetzt Jetzt ändern setzt mayor Also den und sommer, dass dein Dein Verzegrungsrat festival mit 0,0000010 Minus 1 Minus Sekunden beträgt irgendwie, ne? Ja, meines ist minus eins articulate Ja, meines 2 Gutes! Sieben! Passt vorbei! Sehr schön, sehr schön. Also schade, aber auch irgendwie schön, weil wir dann das geschafft haben. Ah! Die ist schwer! Tut doch nicht so! Ist doch voll einfach. Doch, ist wirklich schwer. Ist doch alles voll einfach. Ähm... Halt's mal wie gang die! Ach schade, hier komm ich nicht weiter. Oh cool, dadurch kann ich voll hoch springen. Ah! Du bist verrückt, man! Das brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, kann sein. Ne blum blum blum! Achso, du musst erstmal runter, den Schalter drücken und dann muss ich... Ah, okay. Du musst hier ein Portal einschießen. Ah, da... ähm, wo bitte? Da! Du musst hier runterkommen! Ach, okay. Ja, weil ich's von unten... von unten... äh, oben nicht gesehen hab. Kann ich nichts machen. Da musst du da erstmal wieder rein, irgendwie, ne? Ähm, das wird nicht funktionieren. Du musst die Brücke für mich da hinbauen, irgendwie, wenn's geht. Weil... Nein, okay, warte, 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 warte. Weil da unten ist Wasser. Äh... Wie geht's denn? Achso, hier so, oder? Dein gelber ist ja da, du musst nur in den roten da anschießen. Achso, ja. Ja. Das ist sinnlos. Geht das irgendwie so? Ne. Ah doch, hier. Und dann da. Ja. Oh fuck, jetzt bin ich auch. Jetzt sind wir alle hier drin. Okay, kannst du hier rüber? Oh fuck. Laser. Wo rüber? Oh, ja. Das hat funktioniert. Jetzt in den roten, weißt ja. Nee, dieses auch nicht logisch. Du denken, derrein ziehe ist ja die Hitspanselungen. Da? Ja. Vatable consistency bei Runde, Und da wenn gehst die Hitschern, du so thought ich, dass er so wie unser sicherer ist. Und da. Aff específic. Kommi, vor allem Momi auch deshalb das nicht egal. Und da.